Moin moin Leute, guten Geschmacks! In Kooperation mit Tesfro habe ich jetzt hier ein kleines Ankündigungsvideo, weil der Transformers Optimus Prime Truck ist wieder unterwegs. Ja, ihr habt genau richtig gehört, ich habe mit Tesfro eine kleine Kooperation am Start und wollte euch erstmal überhaupt diese Tour nochmal zeigen, dass ihr da hingehen könnt. Ihr bekommt jetzt nähere Infos und demnächst könnt ihr natürlich auch einige Figuren hier auf diesem Kanal sehen oder auf Instagram und natürlich auch eine Figur gewinnen. Also bleibt dran am Ball, natürlich gerne abonnieren und ein Like geben. So gehen wir jetzt weiter zu den Infos. Erstmal kurz weg, was ist überhaupt Transformers, die Tour Action wie im Film live erleben. Das ist nämlich kurz weg das Motto dieser Tour und Optimus Prime, das ist natürlich der Anführer der Autobots, kommt nach Deutschland und du kannst ihn einfach live erleben. Besuche die Transformers und schaue dir den Optimus Prime Truck an. Dich erwartet ein erlebnisreicher Tag mit vielen Events für jedes Alter und jede Menge Spaß. Ihr habt nun nämlich die Chance, den Optimus Prime Truck hier zu sehen, nämlich am kommenden Freitag, 13.09.2019 bis zum 15.09.2019 in Bottrop, auch im Moviepark auf dem Nickelodeon Festival. Danach habt ihr die Chance von den Samstag, 28.09.2019 bis 29.09.2019 in Berlin auf der German Comic Con live zu erleben und am Ende des Jahres Samstag, 7.12.2019 bis zum 8.12.2019 in Dortmund und auch auf der German Comic Con habt ihr die Chance, diesen Truck live zu erleben. Was erwartet dich auf der Transformers Tour? Produktvorstellung und Vorschau der neuesten Hasbro Transformers Linie und passenden Lizenzprodukten inklusive Spielzeugecke zum Testen. Versuche dein Glück am Transformers Glücksgrad. Go-Karts für Kinder, ein 5 Meter großer Optimus Prime Flatable, Giveaways und vieles mehr. Ja Leute, ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen und diesen kleinen kurzen Einblick, was überhaupt diese Tour bedeuten soll. Gut, habt viel Spaß auf der Tour, wenn ihr da hingeht oder die schon gesehen habt, ihr könnt es gerne in den Kommentaren schreiben. Ich würde mich natürlich wieder über ein Abo freuen, über ein Like und über einen Kommentar. Und wir sehen uns dann natürlich bei den nächsten Videos, dann bei den Transformers Tests und dem Gewinnspiel. Bis dann und ciao und BÄM!